Schönen guten Tag, mein Name ist Carsten Linke, ich bin Gruppenleiter in der Werkstatt für behinderte Menschen im SFZ Chemnitz und ich möchte Ihnen heute gern den Bereich Holz der Werkstatt vorstellen. Wir arbeiten hier Birtischkarnituren für das Gastronomiegewerbe auf und da werden die Birtischkarnituren auseinander montiert, dann werden die Holzteile maschinell bearbeitet, die Kanten werden bearbeitet, dann werden sie lackiert und wieder zusammen montiert. Wir bearbeiten Stühle, da werden die Stühle abgeschliffen und dann wieder lackiert und gegebenenfalls wieder zusammengebaut. Sie sollten den Werkstoff Holz mögen und gewisse handwerkliche Fähigkeiten sollten Sie mitbringen. Unsere Arbeiten in der Werkstatt sind abwechslungsreich, die Aufträge können sich ändern. Birtischkarnituren zum Beispiel oder Stühle, wir bauen auch Hochbeete, also es kann sehr vielseitig sein hier in der Holzwerkstatt. In der Werkstatt werden wir an Fräsmaschinen arbeiten, an einer Bandschleifmaschine, wir haben eine Formatkreissäge, eine Ständerbohrmaschine und verschiedene Hubbelmaschinen. Zu den vielen Tätigkeiten in der Werkstatt, in der Holzwerkstatt gehört vor allem das Schleifen der Holzoberflächen und das Bearbeiten der Kanten. Anschließend werden dann die Oberflächen lackiert oder gestrichen, gewachst oder geölt. Arbeitsschutz ist in der Werkstatt sehr wichtig, er wird hier zur Verfügung gestellt. Dazu zählen Arbeitsschutzhosen, Arbeitsschutzschuhe, Kopfhörer, die an Maschinen getragen werden müssen und was sonst noch an persönlicher Schutzausrüstung dazugehört, wird auch gestellt. Ich danke für Ihr Interesse und möchte mich hiermit verabschieden und hoffe, dass wir uns vielleicht bald hier in der Werkstatt sehen können. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.